Du bist auf der Suche nach einem leistungsstarken 4K-Beamer? Dann ist dieses Video genau das Richtige für dich. Heute wollen wir uns die drei besten aktuellen 4K-Beamer von drei verschiedenen Herstellern und auch aus drei unterschiedlichen Preisklassen anschauen. So sollte ein passendes Modell für dich und dein Heimkino dabei sein. Bleib also unbedingt bis zum Schluss dran, um diese drei Top-Modelle genauer kennenzulernen und deinen persönlichen Favoriten dann auch direkt finden zu können. Über die Links in der Videobeschreibung kannst du dich nach dem Video auch gerne noch selbst genauer zu den hier vorgestellten Beamern informieren oder deinen persönlichen Favoriten dort dann auch sofort bestellen. Jetzt aber viel Spaß mit dem eigentlichen Video und auch schon dem ersten Modell der Einsteigerklasse. Vorstellen möchten wir dir hier den XGIMI Horizon Pro. Der Horizon Pro ist ein kompakter 4K-DLP-LED-Projektor. Er zeichnet sich durch seine hohe 4K-Bildqualität und vor allem seine starke Benutzerfreundlichkeit aus. Zu den wichtigsten Merkmalen gehört hier natürlich einfach an die Bildqualität, die native 4K-Auflösung sorgt für besonders feine Details und eine präzise Bildwiedergabe. Die LED-Lichtquelle ermöglicht eine helle und gleichmäßige Ausleuchtung, was besonders in abgedunkelten Räumen gut zur Geltung kommt. Die 2200 Anselumen Helligkeit sorgen dafür, dass das Modell hell genug in verschiedenen Lichtverhältnissen ist. Allerdings ist der Kontrast in HDR-Inhalten nicht so tief, wie es vielleicht wünschenswert wäre, was zu einer weniger dynamischen Darstellung führen kann. Vor allem beim Sound kann das Modell durch die Hamann-Kardon-Lautsprecher überzeugen, die eine gute Klangqualität bieten. Für eine vollständige Heimkino-Erfahrung muss natürlich aber ein externes Soundsystem angeschlossen werden. Herausragender Selling Point des Horizon Pros ist allen voran aber natürlich die benutzerfreundliche Oberfläche, die dank Android TV-Betriebssystem eine einfache Navigation und einen guten Zugriff auf viele Streaming-Dienste bietet. Die automatische Fokussierung und Anpassungsfunktionen, die hier zusätzlich verbaut sind, machen auch die Einrichtung des Horizon Pros einfach und unkompliziert und empfehlen würden wir diesen Beamer von XGIMI aus der Einsteigerklasse, vor allem für Nutzer, die einen hochwertigen und vielseitigen Projektor für Heimkino, Gaming und Streaming suchen. Er bietet eine hervorragende Bildqualität und Handhabung und ist, wie gesagt, vor allem zu einem vergleichsweise günstigen Preis erhältlich. Ein super Preis-Leistungstipp also insgesamt und wenn auch du dich jetzt noch genauer zum Horizon Pro informieren möchtest, schau gerne mal über den ersten Link in der Beschreibung vorbei. Dort ist das Modell mit dem tagesaktuellen Preis direkt verlinkt. Aus der zweiten Preis- und Leistungsklasse möchten wir ein sehr aktuelles Modell vorstellen. Es handelt sich um den N1S Ultra von JM Go. Der JM Go N1S Ultra ist ein hochwertiger 4K-Laserprojektor, der sich durch sein beeindruckendes Bild und seine innovativen Funktionen auszeichnet. Neben der 4K, also Ultra-HD-Auflösung, kann er durch seine 3000 Ansi-Lumen überzeugen, 800 noch einmal mehr als beim zuvor vorgestellten Horizon Pro, womit das Modell auch in etwas helleren Lichtverhältnissen einen super Job macht. Die 4K-Triple-Color-Laser-Technologie sorgt für herausragende Farben und damit sehr lebendige Bilder, die für Filme und Gaming optimiert sind. Apropos Gaming, dabei hat der N1S Ultra auch spezielle Gaming-Modi, die die Latenzzeit reduzieren und das Bild für eine flüssige und reaktionsschnelle Spielerfahrung optimieren. Auch hat er eine automatische Bildanpassung, was die Einrichtung erleichtert und auch eine verzerrungsfreie Projektion ermöglicht. Alle möglichen Anschlüsse wie HDMI 2.1, ein USB-Anschluss und auch eine WiFi 6 und Bluetooth 5.0-Konnektivität sind dabei und vor allem auch das Google TV-Betriebssystem, durch die eine einfache Benutzerfreundlichkeit gewährleistet wird. Der JM Go N1S Ultra ist ideal für Nutzer, die eine hochwertige und flexible Projektionslösung suchen, sei es für Heimkino oder Gaming. Die Kombination aus hoher Helligkeit, exzellenter Farbdarstellung und benutzerfreundlichem Design macht ihn zu einer hervorragenden Wahl für auch anspruchsvolle Nutzer. Über den zweiten Link in der Videobeschreibung kannst du dich jetzt noch genauer zum JM Go Beamer informieren oder dieses 4K-Modell aus der Mittelklasse bei Interesse dort auch direkt bestellen. Bleib ansonsten jetzt noch dran, um als drittes und letztes das absolute Premium-Modell in diesem Vergleich kennenzulernen. Es handelt sich um den Aval Vision LTV 3000 Pro. Dieser 4K-Beamer ist ein Ultra-Kurzdistanz-Modell. Das heißt, er kann direkt vor dem zu projizierenden Bild aufgestellt werden und überzeugt hier durch eine herausragende Laser-Projektionstechnologie, die für einen sehr, sehr starken Farbraum sorgt. Der LTV 3000 Pro verwendet eine Tri-Chroma-Laser-Technologie, die eine hohe Helligkeit und auch lebendige Farben bietet. Sie erhöht auch die Lebensdauer des Lasers auf bis zu 25 Stunden, was ebenfalls ein herausragender Wert ist. Der Beamer unterstützt einen 107-prozentigen Farbraum und viele Bildoptimierungsfunktionen wie die Dolby Vision-Funktion High Dynamic Range 10 und High Dynamic Range 10 Plus-Funktion und die HLG-Technologie. Durch die Kurzdistanz-Laser-Funktion und die 4K-Auflösung hat er eine fast perfekte Klarheit, die er hier auch in schnelleren Szenen bieten kann. Mit den 3000 Peak Lumen ist er auch sehr hell und damit auch in helleren Lichtverhältnissen einsetzbar. Mit 6 Millisekunden Reaktionszeit ist er im Turbo Gaming-Modus auch außerordentlich schnell und eignet sich damit super als Gaming-Beamer. Die verbesserten Schwarzwerte, das Farbmanagement-System, welches man hier über das Menü aufrufen kann und die 8-Punkt-Trapez-Korrektur sorgen für eine einfache Konfiguration und Anpassung dieses Beamers an die eigenen Wünsche. Selten haben wir ein so starkes und leistungsstarkes Modell wie den LTV 3000 Pro von AbleVision gesehen. Er kann zudem durch die 3D-Funktion überzeugen, 24 Bildwiederholfrequenz für Kinopuristen und auch ein einfaches Betriebssystem, denn verbaut hat das Modell einen Fire TV Stick von Amazon. Der AbleVision LTV 3000 Pro ist eine hervorragende Wahl für Nutzer, die eine leistungsstarke und vierseitige Projektionslösung suchen. Er eignet sich besonders für Heimkino-Enthusiasten und Gamer, wie wir eben schon gehört haben, die von der hohen Helligkeit, exzellenten Bildqualität und den umfassenden High Dynamic Range Funktionen profitieren möchten. Über den dritten Link in der Videobeschreibung kannst auch du dich jetzt noch genauer zum AbleVision Beamer informieren und den LTV 3000 Pro dort auch direkt bestellen.